Nein, da fällt schon wieder ein 10.000er hinab. Na komm. So. Dann hier hat noch der... Ich bräuchte gerne mal hier... Also ich hätte nichts gegen so einen schönen Power-Up. So ein schönes Power-Up. Aber... Hm. Irgendwie kommt hier gerade nichts. Wir sind hier bei fast 200 Minuten. Haben ganz, ganz knapp gleich die Hälfte. Aber das kann eng werden. Das kann echt eng werden hier. Oh, ein Power-Up. Unglaublich. Dass es sowas auch gibt hier. Leute! Toll. Und jetzt, wo ich ein Power-Up hab, bin ich hier ziemlich weit... Ah, noch ein Power-Up. Das ist gut. So, da hat noch einen. So, da haben wir gut aufgeholt. Ah, schade. Noch ein Power-Up wäre natürlich geil gewesen. Moment! Kann das sein? Gibt's Super-Gong? Ah, selbst... Jawohl! Oder? Nee, noch nicht. Schade. Ich dachte, dass es da vielleicht auch wieder Power-Ups drin gibt. Das ist nämlich ganz oft so, dass man in sowas Besonderem, ne, die man nicht einfach so macht, äh, hat oder kaputt machen kann, dass man da dann, ähm, Power-Ups oder sowas drin hat. Aber, nö, leider nicht. Aber hier sehe ich schon wieder ganz gut, äh, Dings. Das sollten wir packen eigentlich. Wir haben ja noch eineinhalb Minuten jetzt. Und hier sind eigentlich genügend... Ach, jo, oben drin ist noch Geld. Und wir haben schon alles gut. Sehr schön. Ähm... Da, Flaschenöffner. So. Komm. So. Hm, 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 hm. Ein bisschen leiser, ne? Ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Ein bisschen komisch ist es auf jeden Fall, ohne Musik, aber... Muss halt sein, oder... Muss nicht sein, aber... Ist schön. Oder ist besser. Obwohl... Sollte schon... Sollte schon sein. Sagen wir es so. Es muss nicht sein, aber es sollte sein. So, nehmen wir diesen komischen behinderten Kreuzer da. Ach ja, ich wollte noch sagen, wieso, äh... Wie ich es mit der... Dings geplant habe. Mit der, mit der, mit der, mit der, mit der... Wie war das? Äh... Super Story! Achso, ich kann ja hier langfliegen, natürlich. Ich dachte, ich fall da gleich runter. Auch nicht ganz so schlau, aber okay. Ne, wie ich es mit der Super Story geplant habe. Dafür gibt es ja nix, äh... Aber vermutlich... Weiß nicht genau, aber vielleicht... Gehe ich mal von aus. Äh... Zählt das auch zu den 100%? Habe ich... Nicht geguckt, deswegen... Also, weiß ich es nicht. Ähm... Aber, ja, auf jeden Fall, äh... Werde ich die nicht im direkten Let's Play so machen, Sondern werde sie zwischendurch dann mal irgendwann raushauen. Als komplette Folge auch. Ähm... Dass ich mir dann irgendwie... Vielleicht sogar ein Kumpel oder sowas ranhole. Mit dem ich dann da, äh... Eben... Bisschen, ja... Zock. Und dass ich dann einfach sage, Ja, komm. Zock mir eine Runde. Nehme das auf. Und, äh... Dann haue ich es einfach als komplette Folge, wie gesagt, hoch. Aber das kommt dann halt unregelmäßig. Vielleicht mache ich es auch einzeln. Je nachdem, wenn ich da irgendwie keine Zeit habe. Aber bald habe ich ja Ferien insofern. Äh... Beziehungsweise vermutlich, wenn ich hier das raushaue, diese Folgen... Äh... Sind wahrscheinlich schon längst Ferien. Ich bin aber die erste Woche nicht da. Äh... Und bla... Und überhaupt. Ähm... Ich habe auch eine kleine Pause zwischen... Der Fortsetzung hierzu und... Ähm... Dem... Vorherigen Let's Play. Was war das nochmal? Genau. Spongebob das Eiskalt entwischt war das. Da hatte ich eine kleine Pause. Eine kleine... Pause ohne überhaupt Videos. Ähm... Habe ich gemacht, äh... Um... Ja... Weiß ich nicht. Oder werde ich machen. Weil ich momentan... Ne, ist ja. Eine Pause ist im Moment. Äh... Also werde ich machen. Oder habe ich gemacht. Oder wie auch immer. Bla bla bla. Ähm... Um hier... Die... Äh... 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 Was wollte ich sagen? Einfach nur um... Genau. Ähm... Die erste Woche bin ich nicht da in den Ferien. Das heißt, ich habe auch keine... Keine Möglichkeit, weder was aufzunehmen, noch irgendwas hochzuladen. Ich habe auch keinen PC da in der Nähe. Zumal wahrscheinlich ist es an einer Nähe. Aber ich komme nicht ran, sozusagen. Ähm... Und ja, insofern... Also ich kann nichts hochladen. Kann nichts aufnehmen und gar nichts. Äh... Auch nichts rennen und so weiter. Habe wahrscheinlich gerade mal Internet mit meinem Handy. Aber sonst... Mal schauen, was das wird. Äh... Auf jeden Fall, ähm... Ja, dafür nehme ich jetzt auch auf. Deswegen... Und muss ich gucken, wie viele Aufnahmen oder wie viele Folgen ich kriege. Wenn ich, äh... Eine Woche kriege, dann werde ich das... Also ich werde das so machen, dass ich da... Das dann habe, dass ich... Wenn ich wieder zurück bin, dass ich aufnehmen kann. Und, äh... Wobei, ich werde das ja eh durchspielen hier. Deswegen... Äh... Äh... Lack nicht rum, bitte. Lack bitte nicht rum. Äh... Also ich werde das ja eh durchspielen hier. Jetzt. Und danach werde ich ein neues Let's Play. Da kann auch eine Pause wieder zwischendurch sein. Aber mal gucken. Ich versuche so wenig Pause wie möglich zu machen. Äh... Wo hatten wir die Band? Da haben wir die Band. Da sehen wir sie. Sie chillt hart, wenn wir jetzt mal eben... Musik anmachen. Ups. Musik anmachen und dann auch, äh... Annehmen. Dann spielt sie. Das ist irgendwie ganz witzig. Äh... Aber ich mache sie wieder aus, die Musik. Ja. Schade. Gut. Ähm... Das finde ich ganz lustig. Ein lustiges Gimmick. Ähm... Ja. Ich finde ihn ein bisschen blöd, dass man hier in der... Äh... Dings... Hier ist ja die Musik relativ... Zum einen relativ leise. Und zum anderen halt ein bisschen verändert. Mustafa. Ähm... Wir nehmen hier wieder irgendwen... Nehmen wir mal einen Solo. Ben Kenobi. Nehmen wir mal einen Solo. Scheiß drauf, weil ich wechsle eh wieder zum Geist. Ähm... Ja. Und so weiter. So. Einfach nur, damit hier ein bisschen Action ist. So. Gut. Dann gehen wir mal rüber zur nächsten Lensel. Mal schauen, wie das wird. Ah, nein. Hm. Ärgerlich. So. Jawoll. Schön Power-Up. Wenn viele Power-Ups sind, ist auch kein Problem. Also dann, wenn man so von Power-Up zu Power-Up sozusagen springt, äh, dann funktioniert das ja alles wunderbar. Und man kann das so einfach hinkriegen. Aber wenn hier wirklich die Power-Ups aber nicht kommen und, ja, die Dinger fallen am besten noch alle in die Lava oder sowas, dann ist das natürlich doof. So, hier, der Power-Up hat uns zum Beispiel auf 400.000 gebracht. Hier haben wir leider auch kein Power-Up. Warum kommen da... Warum liegen hier eigentlich, äh, gelbe... Oh. Gelbe Münzen. Bin ich sehr komisch. Äh, weil die sind eigentlich so nutzlos. Ich mein, 100. Verbrauch ich 100. Keinmal gibt's hier auch irgendwo 10er. Weil, ich bin nämlich bei 50. Also, irgendwas mit... Oder gibt's auch 50er. Ich weiß eigentlich nicht. Nö, eigentlich gibt's keine... 800.000. Unglaublich. Wir sind schon im Kreis gelaufen. Schön. Ah, hier hinten haben wir übrigens 50.000. Die haben wir eben alle nehmen. Gut. Der Rest lohnt sich kaum. Na. Shit. Ja. Man verdient ja auch kein Geld. Wenn man stirbt. Äh, ist schon mal ein sehr guter... Oder ist auf jeden Fall sehr praktisch. So, wir wollen hier hinten nach hin. Nach hier drüben gehen. Lang, lang, lang. Wir wollen nur gucken, was hier drüben ist. Ich mein, wir haben noch Zeit. Wir sind gerade bei zwei Minuten oder so. Und wir sind eh gleich durch. So, also, wir müssen durch sein eigentlich. Und tschüss. Gute Nacht. Ja. Danke. Vielen Dank, dass ich genau da nicht mehr sich nicht mehr bewegt hab. Ja. Unter zweieinhalb Minuten. Also, ja. Man kann natürlich jetzt nochmal die ganze Kacke machen. Dass man dann versucht, noch schneller zu sein. Aber das bringt eigentlich nicht irgendwie viel mehr als Legatine. Ich stelle mir mal vor, hier... Dann hat hier diesen mal 4.000 irgendwas. Dann kommst du mit einem, äh... 10.000, Alter. Boah. Äh... Ja. Ja. Okay. Ach ja, genau. Einmal muss ich noch rein. Genau. Ich war gerade verwirrt. Da muss ich ja noch mit dem Flugzeug... Ah ja. Okay. So. Mal schauen, was wir hier abgehen. O. La 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 la. Also, ja. ein bisschen rumfliegen kaputt machen wir sind gleich bei der hälfte angekommen und die zeit ist gerade mal eine mit der wir haben die hälfte und die sind noch nicht mehr eine minute zu ende verpiss dich so ein komisches ding ich bin aber nur rum und baller merkt man das vielleicht ich glaube das alles systematisch was ich hier mache auf jeden fall überhaupt nicht so was gibt es denn so lange habe ich noch etwas zu erzählen wir sind durch scheiße halte das geht all das ist wirklich das mit den fliegern ist relativ einfach das geht recht schnell unter anderthalb minuten meine fresse fast nur ein viertel der zeit gebraucht etwas mehr als ein viertel so muss also die kantine ich könnte natürlich auch noch irgendwelche lizenzfreie musik da reinballern aber das ist mir das wird zu blöd um ehrlich zu sein ich finde dass dafür braucht man es nicht man braucht also das einzige wo es ein bisschen bisschen langweilig ist ist vielleicht hier in der kantine hier versuche aber so viel zu reden wie möglich oder in der zwischensequenz die ist aber so kurz oder zwischensequenz naja ich kann zwischensequenz aber auf jeden fall im ladevorgang da oder wenn man durch ist dann ist ein bisschen wenig dann ist ein bisschen langweilig vielleicht aber ansonsten das ist ich weiß nicht was alles leh wenn wir ihn hier wunderbar also hier auch zum beispiel jetzt wieder